Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro-Cyclist-Modus mit unserem Bro Jan Ulrich. Wir sind jetzt in der finalen Phase unseres wunderschönen Rennens in Ungarn. Wir sehen, Bommel ist vor uns, eine Ausreisegruppe vorne, immer noch anderthalb Minuten weg, also gar nicht mal so wenig bei 25 Kilometern. Wird natürlich sehr hügelig hinten raus, da bin ich gespannt, wie hoch das Tempo ist, wo die Attacken kommen. Unser Team ist schon wieder ziemlich zerlegt, wir haben generell nur vier Helfer dabei, Steigner und Flort, der hier vorne noch die Nachführarbeit für uns macht. Sind schon ziemlich platt, Bommel noch an unserer Seite. Schauen, Bommel, 61er Hügelwert, ist jetzt nicht gerade überragend, guter Sprinter, aber wird uns wahrscheinlich im Finale auch nicht mehr helfen können. Wir haben es ja eigentlich nie irgendjemand im Finale helfen kann. So, jetzt müssen wir durch den Vorsprung nach vorne erstmal verkleinern. 1,22, vier Fahrer, die immer noch ganz gut ausschauen, wenn ich das so aus der Ferne richtig beurteilen kann. Ulle wird jetzt hier gerade ein bisschen durchgereicht. Und dann schauen wir mal, wo kommen die Attacken, wann kommen die Attacken. Man kann ja zum Glück bei diesen Ein-Tages-Rennen an der Rückennummer immer ganz gut erkennen, wer denn hier der Top-Favorit ist. So, der Gen-Mais wächst. An der Seite auch das gute Getreide. Jetzt sind es noch 14 Kilometer und es geht in die Entscheidung. Versuchen wir mal, schon mal ein kleines Stückchen weiter nach vorne zu fahren. Und dann übernehmen jetzt wahrscheinlich eh gleich die Favoriten das Ruder. Boah, ganz schön steil die Rampen. Und da kommen jetzt auch vorne, kommt die Tempoverschärfung Mamos. Hallo. Oh, super, der eigene Teamkollege wieder, der mich wegblockt. Sau gut gemacht. Jetzt sind wir da vorne, sollte eigentlich noch keine Lücke reißen. Wir müssten eigentlich mit rüberkommen. Sprinten wir mal wieder vor. So, Bommel ist noch mit dabei. Sehr gut. Kann er uns ein bisschen Energie sparen. So, in der Abfahrt lassen wir es erstmal wieder ein bisschen ruhiger angehen. 34 Fahrer, die da das erste Mal diesen Hügel gemeinsam bestehen. Jetzt geht es denen aber gleich nochmal hoch. Tempo ist jetzt gerade komplett raus. Und dann geht es eben dieses steile Stück nochmal nach oben. So, jetzt aber Konzentration. Und diesmal fahren wir auch schön weit vorne mit rüber. So. Wer da jetzt schon Energie gelassen hatte vorher, der wird jetzt wahrscheinlich noch größere Probleme bekommen. Jetzt müssen wir doch irgendwie mal mitgehen. Können aber nicht richtig mitgehen. Da haben wir Debesai, der da in Position gefahren wird. Ihm würde ich eigentlich gerne folgen. Ach gut, dass wir da jetzt durchgefahren sind. So, jetzt aber ranhalten, Ulle. Vorne mit der Gruppe auf jeden Fall. Dann, jetzt können wir schon mal das Energiegel schnabulieren. Jetzt geht es hier nochmal leicht bergauf. Schon. Nach wie vor schnell gefahren in der Abfahrt. Da haben wir Debesai. Und jetzt geht es eigentlich nur noch ganz, ganz kurz. Bergauf. Ich würde Debesai mal folgen. Beziehungsweise haben wir hier Tupalik auch noch an der Seite. So, komm, wir folgen Debesai. Da geht Ulle gar nicht erst aus dem Sattel. Sind es noch 800 Meter. Jetzt müssen wir aber auch raus und irgendwie dran vorbei. Und Ulle schafft er das. Ulle fährt vorbei und wird er jetzt noch übersprintet, wenn der rote Balken weg ist. Nee. Das holen wir uns. Sieg für Ulle. Yes. In Ungarn. Also unserer Favoritenrolle gerecht geworden ist Samoylau, Rutkiewicz und Debesai. Der ein bisschen zu früh im Wind war, wird dann vierter. Aber sehr, sehr gute Leistung. Haben wir uns den nächsten Sieg geholt. Der dritte und der erste Nicht-Zeitfahr-Sieg oder Prolog-Sieg. Auch ganz schön. Diesmal hat Bommel auch ganz gut für uns gearbeitet. Da können wir zufrieden sein. Und das war ein schönes Finale. Haben wir natürlich auch Glück gehabt, dass wir ein richtig gutes Hinterrad hatten. Das ist ja so, als hätte er uns den Sprint angefahren. Und dann hatten wir auch noch am meisten Energie. Kontinentalpunkte gibt es bestimmt auch einige hierfür. Jetzt nicht massig. Aber wird sicherlich auch bei der Vertragsverhandlung fürs nächste Jahr nochmal besser werden. Jonas Rapp. Auch mit dabei so. Errungenschaft freigeschaltet und verhofft. Und Erfolge 1. Haben wir jetzt bei Steam die Errungenschaften freigeschaltet. Mensch, und das im April 2020. Nach neun Monaten Radsportmanager endlich. Oder nach zehn sogar. So, Gesamtwertung haben wir gewonnen. In der Teamwertung sieht es eher schlecht aus. Aber das sind wir gewöhnt. Wobei, wie gesagt, unser Team heute nicht ganz verkehrt war. Wir hatten sogar noch einen Helfer bis ins Finale rein. Einen Sieg für Ulrich. Das werden wir noch häufiger lesen. Jan Ulrich, Wasi-Hasi. Gewinnt also Einschätzungen. Wir hätten es eh gewinnen sollen. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut, dass wir es auch gewonnen haben. Gibt nochmal 15 Punkte obendrauf. Ansonsten gibt es erstmal nichts. Mal schauen, was das denn für die Kontinentalwertung bedeutet. Ein paar Punkte sollte es auf jeden Fall gebracht haben. Und ein paar Platzierungen hoffentlich auch. Da sehen wir Henning Bommel. Da sind wir aber jetzt schon auf Platz 38 vorgerutscht. Also wir sind bald vielleicht der beste Teamfahrer. Dann geht es jetzt nämlich zum nächsten Rennen, was für uns ganz spannend werden kann. Wiesegrad vor Bicycle Race in Polen. Mal schauen. Es wird, glaube ich, immer nur monatlich aktualisiert. Die Vertragsverhältnisse. Hier sind jetzt erstmal keine neuen Teams dazugekommen. Ansonsten hier ist das Interesse jetzt natürlich nochmal deutlich gestiegen. Und das Downer-Team hat natürlich ohnehin Interesse dran. Porto ist noch nicht so interessiert. Aber das wird auch nochmal spannend, das zu verfolgen. Im Mai kommt da sicherlich auch nochmal einiges mit dazu. Und vielleicht auch ein paar neue Teams. Das wäre halt extrem cool. Wenn wir vielleicht ja auch schon zu einem World-Tour-Team gehen könnten. Mit einem relativ schlechten Ulle. Und dann bei den großen Rundfahrten einfach mal als Helfer fungieren. Wäre auch schön, das einfach mal ein bisschen was anderes zu sehen. Ich habe ja auch überlegt, mit einem Puncheur und so weiter. Oder einem Sprinter mal zu starten. Aber das finde ich halt auch sehr, sehr eintönig. Puncheur geht noch. Aber ich mag halt die großen Rundfahrten. Die finde ich persönlich sehr, sehr viel abwechslungsreicher. Als alle anderen Rennen. Das ist dann halt Ein-Tages-Rennen. Sind immer Ein-Tages-Rennen. Da gibt es dann die Hügel, wo man angreift. Oder mal in die Ausreisegruppe bei großen Rundfahrten reingeht. Aber das ist dann trotzdem relativ schwierig. So, wir haben die Entwicklung des Interesses erhöht. Und simulieren uns wieder durch. Natürlich die WorldDB, mit der wir spielen. Die 2020er hat auch extrem viele Rennen drin. Das kommt uns natürlich zugute. In dem wir mit einem kleinen Team an vielen Rennen starten können. Aber beim simulieren ist das manchmal ein bisschen anstrengend. Wäre schön, wenn man das irgendwie auch mal anders hin bekäme. Dass da nicht immer dieser Simulier-Balken kommt. Weil das nervt schon ziemlich. Jetzt würde ich mir gerne mal das Interesse anschauen. Ich habe großes Interesse am Interesse. So, Tour of the Alps wäre natürlich auch mega gewesen. So, ihr Sieg hat das Interesse der Teams erhöht. Das war jetzt irgendwie auch schon fast klar. Aber ist jetzt auch nicht durch die Decke gegangen. Also das Team Felbermayr, wo ich mich ja ein bisschen leichtsinnig für eingetragen habe. Mit ihren drei Fahrern, die sie überhaupt haben. Und das Trikot sehen wir jetzt auch unten. Ist jetzt nicht so toll. Der Kader ist natürlich beim FC Porto am besten. Das norwegische Development Team muss auch nicht unbedingt sein. Ein kolumbisches Team für Ulle ist, glaube ich, auch schwierig. Aber wir schauen einfach mal, wie gesagt, ob da noch was Neues dazu kommt. Fünf Tage bis zum nächsten Rennen. Von Kufstein nach Kufstein klingt auf jeden Fall schon mal geil. Ach, wie gern wäre ich bei der Tour of the Alps mitgefahren. National Road Championship in Chile, San Pedro de Atacama. Oh Gott, durch die Wüste. Reit im Alpachtal. Das sind einfach Namen und Schenner oder Scanner, wie die Italiener dann wahrscheinlich sagen. So, Flash Ballon ist auch. Können wir vielleicht dann nächstes Jahr fahren, je nachdem, welches Team uns möchte. Und wenn wir jetzt beim nächsten Rennen auch gut abschneiden und da nochmal vorne rein rödeln, dann sind wir auch in der Continental Tour immer weiter vorne dabei. Und ich freue mich, wie gesagt, schon auf richtig schöne Bergetappen mit Ulle. Da wird unser Team keine große Hilfe sein. Aber das kennen wir ja schon, dass wir mit Ulle eigentlich immer auf uns allein gestellt sind. So, noch ein Tag kostet Castilla, Ileon und Tour of the Alps ist jetzt auch gleich schon wieder fertig. Fünf Etappen sind das. Von Arevalo nach Valladolid wird hier gefahren. Kaltern, Caldaro, Bozen, Bolzano. Immer schön die italienischen Namen noch dabei. Das freut auch Christian Gebhardt. Den Südtiroler. So, Pontchateau nach Crosac. Da sei jetzt nichts zu. Ich glaube, Crosac klingt schon einfach danach, wie es wahrscheinlich ist. Das Ulu-Resort, das kennen wir auch alle. Da gibt es ganz viele Eulen. So, und dann sind wir angekommen. Wiese gerade vor Bicycle Race Grand Prix Poland. Erwartete Tagesform ist die Null. Ulle ist mittelmäßig motiviert. Ihre erwartete Tagesform ist positiv. Die Fähigkeit wird nicht verwendet. Mensch, jetzt haben wir schon mal Fähigkeiten und dann wird die einfach nicht verwendet. Fitness geht jetzt auch ein bisschen runter. Wir hatten ja gerade so ein kleines Päuschen auch mal nach den anstrengenden mehrtägigen Rundfahrten. Und dann gehen wir direkt ins 3D-Rennen rein. So viel gibt es nicht zu erzählen. Jelenia Gora nach Jelenia Gora. Ciprice. Wer ist so dabei? Amore Evita. Finde ich immer noch ein sehr, sehr schönes Team. Auch das polnische Team Marzowce und Ulle ist Top-Favorit. Also, habe ja gesagt, dass wir uns da mit den Werten so schnell verbessert haben, fand ich persönlich ja nicht so dolle. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten uns ein bisschen langsamer entwickelt. Aber jetzt sind wir natürlich bei sehr vielen Rennen, obwohl wir erst im April sind, schon Favorit. Das wird bei den bergigen, kleineren Rundfahrten natürlich noch viel, viel extremer werden, als hier bei den kurzen Anstiegen. Mal schauen, ob wir es von der Taktik hier genauso gut hinbekommen. Hier geht es natürlich dann hinten raus nochmal, 10 Kilometer etwas flacher. Ulle hat die Plus 1, das ist schon mal sehr, sehr gut. Marc von Bommel kümmert sich wieder um uns. Die Team-Taktik kann da erstmal der Teamchef selber bestimmen. Steigner hat sich da vorne eh schon mit reingeklemmt. Das Zachel-Mi. Ich habe erst einmal was mit Chemie gelesen. So, und da sehen wir es schön animiert. Viel Rasen, wenig Bäume am Straßenrand. Und dann wird das hier, denke ich mal, ein Rundkurs werden. Deswegen ist es auch so schnell geladen. 4 Kilometer lang, 6,2 Prozent steil. Ich finde aber schön, dass das hier dann auch angezeigt wird, obwohl das keine direkte Bergwertung ist. Und da sehen wir, dass die Straße auch nicht so breit ist. Also man muss relativ weit vorne in den Hügel reinfahren, ansonsten wird es dann doch schwierig. Und der nächste Berg ist dann ein bisschen flacher, 3,8 Kilometer lang. Also müsste man fast schon am ersten attackieren, beziehungsweise auch das Tempo ein bisschen erhöhen, wenn man es dann gewinnen will. Nur 120 Kilometer lang. Ich denke mal, so ab der dritten Überquerung des Berges wird es dann auch vom Tempo ein bisschen höher gehen, sodass die Helfer rausfallen und dann werden wahrscheinlich nur noch so 30, 40 Fahrer in der Spitzengruppe sein. Aber trotzdem, interessantes Profil für so ein kurzes Rennen. 4 Fahrer vorne weg, über 3 Minuten. Jetzt sind es 1,20. Ich weiß nicht, ob gerade alle gestürzt sind da vorne oder kann ich mir gut vorstellen. Tempo ist jetzt schon enorm. Selbst Ulle hat da schon leichte Probleme. Da sehen wir auch Debesai wieder, der uns so schön den Sprint angefahren hat. Eben in der letzten Etappe. Dann sehen wir auch den Rapper. Rapper. Jetzt haben wir dann die zweite Überquerung. Hinten, wie gesagt, gab es einen Sturz. Hat auch einige unserer Teamkollegen getroffen, die jetzt aber wahrscheinlich gleich wieder ranfahren werden. Natürlich außer das Tempo ist jetzt hier wieder sehr hoch. So, das Tempo ist wirklich hoch, weil die Ausreißergruppe jetzt schon wieder eingeholt wird. Also, da macht keiner Gefangene. Haida ist noch dabei. Haida hatet. Aber hier hinten und ja, tschüss. Jetzt sind wir wieder alleine unterwegs. Aber unser Teamchef will ja trotzdem, dass wir das Ding gewinnen. So, 22 Fahrer. Mal schauen, ob sich jetzt hier ein Team findet, was das Tempo auch in der Ebene und in der Abfahrt durchzieht. Weil ansonsten rollen die hinten halt doch wieder ran. Da sehen wir Bommel in der A3 mit knapp zwei Minuten Rückstand. Aber auf die Spitzengruppe, also zwei Minuten ist dann eher anderthalb Minuten. Die werden bestimmt nochmal ranfahren, gerade weil jetzt das Tempo hier auch wieder raus ist. Dann haben wir wieder so 65, 70 Fahrer circa in der Spitzengruppe mit den allen Favoriten. Genau, da ist auch Haida hatet wieder da. Der soll uns lieber mal beschützen, anstatt Nachführarbeit zu machen. Das können die anderen Teams machen. Und dann geht es den Berg wieder hoch. Mensch, haben wir noch nie gesehen. Totale Spannung. Und jetzt gehen die roten Piken. Man kann sie kündig zuschauen, wie die einfach leiden. Haida ist noch vor uns. Jetzt gibt es nochmal eine minimale Abfahrt. Weiß nicht, ob er das schafft. Der Pulswert ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und dann ist unser Team leider wieder raus. Also doch früher schnelles Tempo, als ich erwartet hätte. Jetzt sind wir da nur noch 27 Fahrer in der Spitzengruppe. Und die wird gleich noch kleiner werden. Wenn man sich das hier so anschaut, sind wir alleine. Wir holen uns gleich in der Abfahrt ein Wasser. Eigentlich sieht man fast nur noch Einser hinten. Jo, jo, jo. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das Tempo so schnell so hoch sein wird. 14 Fahrer noch drin. So, da sollte vielleicht doch einer hinterher fahren. Wäre ganz nett. Okay, jetzt reiße ich hier wahrscheinlich gerade die Lücke. So, 13 Fahrer noch in der Gruppe mit den Favoriten. Und da sehen einige schon nicht mehr ganz so fresh aus. Aber schönes Rennen. Schönes Eintagesrennen. Und vor allem auch unseren Fähigkeiten entsprechend. Beziehungsweise so entsprechend, dass wir halt wirklich schon um den Sieg mitfahren können. Ulle wird hier zum Puncheur. So, jetzt. Ich kann natürlich keine Führungsarbeit machen. Interesse daran, das Tempo hochzuhalten, hätte ich natürlich. Aber momentan geht das nicht. Und wir haben einen Puls von 110. Da werden gleich wieder einige von hinten ranrollen. Das sind dann hier die letzten 5 Kilometer. Da wird es dann wahrscheinlich im Finale dann rechts rumgehen. Da, wo der Selfie-Mann steht. So, dann geht es hier wieder in den Berg rein. Es beginnt wieder die spannende, anstrengende Phase. Ich lasse das jetzt mal auf zweifache Geschwindigkeit. Ich finde, da kann man sich das noch ganz gut anschauen. Und auch relativ schnell reagieren, falls irgendwas passiert. Bleibt auch mal beim 90er-Wert. Wir müssen ja nicht ganz, ganz, ganz vorne fahren. Und ich finde es immer wieder schade, dass die anderen Teams hier so viele Leute dabei haben. Und wir gar keinen. Muss ich doch ein bisschen höher gehen, sonst kriege ich Angst, dass wir abgehängt werden, sinnloserweise. Obwohl wir noch so viel schöne Energie haben. 42 Kilometer. Jetzt geht es gleich wieder in den nächsten Anstieg rein. Mlynaz. Hulle fährt ein bisschen orientierungslos hin und her. Wir bleiben natürlich an unserem Lieblingsanfahrer Debesai. Der vorne sein Team jetzt aber auch ziemlich verschleißt. Jetzt sind es noch 37 Kilometer. Unser bester Helfer ist sechs Minuten hinter uns. Das wird wahrscheinlich eher nichts mehr werden. Jetzt gibt es wieder die schöne lange Abfahrt. Dann geht es in die Ebene und dann geht es in die Entscheidung der Etappe. Wie gesagt, das blaue Trikot muss immer wieder an Ulle bei Olympia denken. Dieses blau-weiße Trikot, wo ich mich immer gefragt habe, warum Deutschland eigentlich so fährt. Sind es die Farben des buntdeutscher Radfahrer oder ich weiß es nicht, hat Rudolf Scharping das ausgewählt? Fragen über Fragen, die man wahrscheinlich relativ leicht ergoogeln kann, aber ich habe keine Lust. In Quarantäne hat man ja auch keine Zeit für googeln. So ein Stress. So 28 Kilometer. Das ist wieder der 5 Kilometer Balken. Dann geht es links rum. Wir kennen die Strecke langsam. Spannung sieht anders aus. Und dann müssen wir jetzt schon ein bisschen konzentrierter den Hügel hochfahren. Und genau schauen, was die Kollegen da so machen. So. Debsai ist da gerade ein bisschen weit rausgefallen. Ne, wir fahren hier mit dem 90er Wert. Also ist auch nicht gerade wenig. Debsai ist da wieder dran. Hier würde ich noch nicht so viel machen. Da haben wir auch Tupalik. Der da jetzt attackiert oder was macht er? Ne, das Tempo hoch, der ist platt. Die sind alle platt. Aber gut, müssen wir jetzt ja noch nichts machen. Sollen wir was machen? Ich würde jetzt noch die nächsten abwarten. Es sind eh nur noch 10 Fahrer. Es wäre mir jetzt zu heiß gewesen, da 20 Kilometer alleine in den Berg rein zu brettern. Vor allem, wenn die noch hier 2, 3 Teamhelfer dabei haben. Dann hätten die mich wieder aufgefahren. Dann kommt jetzt eine Attacke. Da hast du ja gar nicht erwartet von der Nummer 13 unbedingt. Debsai ist da in unserem Hinterrad. Ja, und deswegen war es gut, nicht zu attackieren. Da sind wir auch platt. Der rote Balken ist weg. Müssen wir trotzdem folgen, wenn wir es können. Ja, mal schauen. Das könnte dann doch enger werden als gedacht. Wie sehr gut ist, wenn wir nicht zu früh attackiert haben. Jetzt sind wir wenigstens noch in der Gruppe drin. Aber Kuggerle fährt uns da ein bisschen weg. Weiß nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Und jetzt in der Abfahrt müssten wir uns natürlich abwechseln. Debsai und Ulle. 14 Sekunden. Aber er ist auch ziemlich platt da vorne. So, 49 Sekunden. Mal schauen, will hier eine Führungsarbeit machen? Aktuell ja. Aktuell arbeiten tatsächlich alle zusammen. Schauen wir uns die Gegner an. Wir können nichts sehen. So schnell können wir sie jetzt auch nicht beobachten. So, Kuggerle macht weiter eine Führungsarbeit. Wir hängen uns mal hinten an die Gruppe dran. Sehr, sehr gut, was Ulle macht. 7 Kilometer. Zu dritt geht es ins Finale. Das Energiegel haben wir jetzt halt leider schon genommen. Kommt da gleich nochmal eine Attacke oder wie schaut es aus? Da ist noch eine Vierergruppe, aber die ist anderthalb Minuten weg. Das wird nichts mehr werden. Jetzt fahren wir vier Kilometer vorm Ziel nach vorne. Möchte ich eigentlich nicht. So, jetzt gibt es hier Steherversuche. Aufkommen Oluzis von vorne durch. Die anderen sind einfach besser im Sprint wahrscheinlich. Ja, da hätten wir auch, wenn wir uns ans Hinterrad gehängt hätten, keine Chance gehabt gegen Debesai, der einen guten Beschleunigungswert hat. Dann wären wir Zweiter, aber trotzdem ein spannendes Rennen. Nur wenn wir uns jetzt hinten dran gehängt hätten, der Sprint wäre zu kurz gewesen, dann wären wir gar nicht mehr aus dem Windschatten rausgekommen. Von daher, so immer in den zweiten Platz. Michael Kuckerele, der am Berg eigentlich der stärkste war, kann sich dann aber auch nicht durchsetzen. Debesai gewinnt. Finde ich aber auch verdient. Nachdem er uns in der letzten Etappe und im letzten Rennen ja auch den Sprint angefahren ist, gönnen wir das Debesai auf jeden Fall. Und vielleicht fährt er ja auch mal bei größeren Rundfahrten demnächst uns über den Weg. Um die Ohren will ich nicht sagen, weil wir wahrscheinlich bis dahin noch mal besser sind. Aber trotzdem schön spannende Rennen in der Folge. Einmal gewonnen, einmal Zweiter geworden. Aber das war jetzt dann eben auch schwierig, da aus einer Spitzengruppe raus mit Ole mit dem Beschleunigungswert was zu machen. So, da sieht man es nochmal, dass wir knapp Zweiter werden. Siegerehrung Maxap Debesai. Also viele Eritreer inzwischen auch im Radsport. Kann eigentlich nicht so lange dauern, bis es da auch mal einen richtigen Spitzenfahrer gibt. So, mal schauen, ist der Teamchef trotzdem zufrieden? Oha, Einschätzung schwach. Ja, zweiter Platz, wirklich ganz miserabel. Ich hasse unseren Teamchef, der ist schlimmer als der von Team Skoda. In einer Woche geht es dann zur nächsten Tour, das ist die CCC-Tour. Da haben wir schon gesagt, das Profil ist wirklich schön. Da gibt es einmal hier die Hügel-Etappe über 131 Kilometer, das sollte uns sehr, sehr gut liegen. Dann Berg der dritten Kategorie, kurz vorm Ziel. Zum Abschluss nochmal eine richtige Bergetappe, das wird spaßig werden. Da sehen wir uns dann wieder beim Bro-Cyclist mit Jan Ulrich. 19 Jahre alt ist der Mann erst und kurz vor Stufe 6. Ob er in der Realität auch in dem Alter schon auf Stufe 6 war, werden wir nie erfahren. Auf jeden Fall ist er absolut momentan nach der Karriere auf Stufe 6 unterwegs. Entschuldigung, ich liebe Jan Ulrich wirklich abgöttisch. Aber ab und zu ein paar Ulle-Gags müssen sein. Hauptsache es geht ihm gut. Hauptsache Alessio und Ulle geht es gut. Da bin ich glücklich mit. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal beim Pro-Cyclist mit Jan Ulrich.